Untertitelung. BR 2018 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 Nächster, Network, Gerne, Gerne, ja. Also schon einige Gutes. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. 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 Ini ja so fast. Du darfst tycker viel Zeit Ilko auf innen. Die Linien auf fd. Ist das so irgendwie von Slippy? Das habe ich selber, weil das abgescalte sieht so hässlich aus, weil das einfach so ein grau komische Kekse hat. Ja, das stimmt. Ja, das ist gut. Deswegen ist es eigentlich immer zu gucken. Das stimmt. Im Namen werden wir nicht! Ja, das stimmt. Der ist nicht geschlossen! Der ist nicht geschlossen! Wir haben aber nicht geschlossen! Die im Namen derطke! Der ist nicht geschlossen! In der Beobachtungen sind alle клиентyesusChef Busch. Den haben wir in die Beobachtungen stehen. Die Beobachtungen werden von den Beobachtungen gefolgt, die das hier in den Beobachtungen der Beobachtungen stehen. Das ist nicht geschlossen! Kein Wasser! Das ist nichtちょbe! Das ist wie, die würdeamos. Vielen Dank. Nै not passiał nicht Ich habe hier eine LPC oder eine LPC? Ich habe hier eine LPC... Ich habe hier einen LPC. Hier está man auf einen LPC. weg habe ich keinen LPC. Meteis ihnen diesen LPC. Auch wenn's verwirrt maneeeee. Okay, good? Ja! Ja. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das ist eine äh, die mit dem Händen. Es war das? Ja. Es war ein bisschen Schäfer. Es war ein bisschen Oliven. Du weißt, es ist ja ein bisschen Oliven. Deswegen dachte ich, das wird noch nie gesagt. Nee, das ist wie bei Peach. Kein eigenes Stab. Ja. Ein bisschen Schäfer. Die haben noch einen Blizzard. Aber es ist ein anderer Move. Das machen wir doch. Schneesturm auf den Finger. Und die können auch eigentlich entfielen, richtig? Ja. Aus welchem Spiel ist denn Ice Climber? Aus Ice Climber. Das ist kein Ereignis. Auch für die NES? Ja. Aus Pokémon. Das ist Ice Climber. Das ist Youngster Ice Climber. Kennen die auch nicht. Keine Ahnung. Wer ist der, der am nächsten Katz-Spiel hat, außer Game of Watch gemacht? Ich hab mal von meiner Oma. Meine Oma hat ja immer QVC geguckt. Die guckt immer QVC auf einem Fernseher. Das ist ein Teleshopping. Da hat sie mir mal zu Ostern gesehen bei QVC. Da gab's ja eine Videospiele-Konsole. Zehntausend Spiele in einem. Das war nur der Controller. Da waren die ganzen Spiele. Das waren so alte... Nein, nein. Da konntest du den Fernseher sprechen. Ach so. Das waren so alte NES-Spiele und sowas. Da hab ich jetzt erst mal Ice Climber gespielt, weil es da drauf war. Oh shit. Da kann ich Melee schon sagen. Ah passt, Ice Climber. Ja, Mann. So ein Raub-Kopier. Das ist so langweilig. Ja, klar. Das hab ich gespielt. Ja, voll. Bestimmt war auch die Emulation richtig scheiße, dass du 10 Sekunden Delay hattest? Damals ist es mir nicht aufgefallen. Kann gut sein. Ja. Ich glaub, du hast das Ding mit dem Skat-Kabel am Fernseher angepasst. Der hat es auch gepowert, das Skat-Kabel am Fernseher. Oh, richtig Big-Brain-Grab auf jeden Fall. Kann ja sehr leistensfähig sein. Voll. Skat gegen die... Vielleicht gibt's ein Skat-Spiel. Ich hab schon gefunden. 10 Tausend Spielen. 10 Tausend Spielen. 10 Tausend Spielen. Ja, auch so die... 10 Tausend Spielen ist ja auch Quatschle. Verschiedene Save-States vom selben Spielen. Ja, ja, ja. Niki, das ist ja nichts neu über die Japanische Natur. Ja. Ja, ja. Aber erst sowas noch über das Teleshopping verkauft. Superschneller Downsman. Schnapp für das Game. Ja, ja. Das ist wichtig. Meine Oma sagt, Dennis, der mag doch Videospiele. Ja, genau. Das ist genau für diese Zielgruppe. Auch nur für meine Enkel. Ja, genau, genau. Sowas gibt's ja immer noch bei Amazon. Oh mein Gott. Das ist doch auch Minecraft drauf. Fortnite? Für Fortnite. Minecraft? Oh. Alter, wieder ein Schüsser. Wie, wie? Jupp. Ich hab mich vorbezogen. Oh, Jan ist gerade richtig in der Kinderzuschose zurück. Hi, come out. Hi, das ist ein Video. Wir machen die ganze Nacht durch. Okay, das hier ist dran. Ja. Ja. Das wollte ich dann einfach nicht lesen. Kennst du dieses Video? Ja. Mit meinen höchstereichischen Kids. Oh. 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 Das ist geil. Die höchstereichischen Kids, die so ganz kleinen Böller anzünden. Man zünden so ganz kleinen Böller an und dann so, für Fortnite. Und dann schmeißt der den so. Und dann erklärt er den so. Und dann erklärt er den so. Und dann erklärt er den so. Ist rausgegangen, Alter. Er so. Nein. Und dann so. Für Fortnite. Arm und Erfolg. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so ein 50 Sekunden Video und das wird halt immer besser. Jede Sekunde. Ja, stimmt. Aber exponentiell. Ja, stimmt. Soulja Boy. Habt ihr auch mal so eine Soulja Station gemacht? So eine richtige Scam. Holy fuck. Soulja Boy. Es gab so eine Oya-Konsole, aber das war nicht von Soulja. Das war Android. Das war Android-Konsole. Okay. Ey. Niki macht einfach alles mit ihm. Da war so ein Raves-Show hinter sich. Ja ja. Die hat so einen Lasergeball, als man Feuerwasch hier einfach zum Feuerwasch. Ja, was? Oh, dieses Kind, das vor dem Ding sitzt. Ja, die kenne ich. Sehr schön gespielt von Cruzee. Aber auch richtig geil. Ein Freund von mir hat die Steam Deck. Der mit Keine Screw. Ein Freund von mir hat die Steam Deck, die ist so geil. Die ist geil. Was ist Steam Deck? Es ist einfach ein Nintendo Switch, aber da drauf läuft Steam. PC. Okay, okay, okay. PC, ja. Ja stimmt, du kannst das selber bauen, oder? Ja, ist aber sehr schwer, sowas. Ist ja nur das Betriebssystem am Ende, oder? Das ist halt nicht nur Steam, sondern auch PS5-Leistung und sowas. Ja, keine Liebeschützung für so 100 Euro! Aber krass gemascht. Ich glaube, Frosi ist ein Spielverderber. Ja, das hat Linux. Was halt richtig geil ist. Ja, das sind optimiert nur fürs Team, oder? Das sind optimiert nur fürs Team. Ja, aber man kann halt Windows-Spieler auch auf Linux durch Steam spielen. Ja, ja, mittlerweile geht das, was so gut ist. Okay, okay, okay. Oh, irgendwie ist die Fähr so schön anzusehen. Oh nein! Wow! Insane, Alter! Nach so einem Spiel jetzt. Erstmal zur Beruhigung. Ein Puff. Ein Puff. Ein Puff. Ein Puff. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Beruhigung. Das ist kein Laufen. Fuss. Schön, dass ihr da war. Bis Ende, du. Bis Ende, du. Bis Ende, du. Oh ja, du musst ja! Oh ja, du musst ja! Oh, Game 1, Battlefield! Ja, spiele ich Leather oder gucke mir das noch ein bisschen an? Der Junge ist Ulle gegen die Gruppen. Ja, du musst ja mal spielen! Ja, du musst ja mal spielen! Ja, du musst ja mal spielen! Ja, du hast ja sehr Zeit! Ja, du hast ja recht! Ja, Mann! Bist du so ein Pokémon Trainer, der sagt, los! Die Attacke ist sehr effektiv. Ich glaube an das Herz der Kappen. Herz des Gemüses. Das sind zwei Spieler in der Queue, aber anscheinend doch nicht. Und runter. Das sind die F-Zero. Das sind die Semis. Das sind die Semis. Ab, ab, ab. Wow, schöner Ash-Cancel. Jetzt. Oh, der Counter. Wow, jetzt kriegt er dafür auf die Fresse für den WM-Move. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ...Brandom or what? Fox, Falco, Young Link and Puff. No Pete? Wait, what? But there was 4 matches, why not 8 characters? Yeah. Because I'm boring. Yeah. I should have gone P2. Pikachu. No, P2. My P2 is sick. I only matter. Find the match. And I'll just be paying one of their clothes. Yeah. 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 Ich hab's einen schönen Tag und zu spüren. Ich liebe die Szene, also... Das war gut. Ich hab's einen schönen Tag, also... Ich hab's einen schönen Tag, aber ich hab's einen schönen Tag. Ich hab's einen schönen Tag, aber ich hab's einen schönen Tag, in 2014. Hey, Haramboi! Was geht? Lange nicht mehr von dir gehört. Ich hab's einen schönen Tag. Aber es ist so... Wie kann ich sagen? Ich hab's einen schönen Tag. Ja, wir sagen, es gibt so viele Spieler. Aber ich habe mich nicht mehr von dir. Ich hab's einen schönen Tag, aber... Was derложige Mensch? Ja, das ist ein erzählen Tag. Ich hab's einen schönen Tag. Ich hab's einen schönen Tag. Und es ist ein ... Also, es ist ein schönen Tag. Ich habe es ein schönen Tag, aber es ist ein schönen Tag. Und ich habe noch ... Es kommt anfänglich in der Europese einherzuchen. Das musst du Dennis fragen, wer macht das sowas? Keine? Ich weiß noch was nicht hier. Wer hat die geblieben? Die anstreckenen Sachen. Das ist halt noch etwas keil. Bei dem Wetter viel besser. Da oben. Ne, da ist einfach noch was oben. Ah, und Alex hat noch Donuts gemacht. Oh was, Donuts? Ja, veganer Donuts. Oh, das ist jetzt mal ein Leben? Ja. Oh, ey. Luxus heute, ne? Oh, Alex, ich muss nur noch weg. Geil, danke. Ja. Alter, 206%. Was für ein Leben heute, ne? Komplett. Von Anno, du hättest es kommen sollen. Von Anno, du hättest es kommen sollen. Von Anno, wirklich. Komm doch. Mhh. Mit Citron oder sowas. Das ist geil. Mhh. Das ist richtig gut. Selbstmacht, glaub ich. Mhm. Richtig. Wieso Bananen? Ich kam doch auch erst 21 oder so. 21.15 Uhr. Man kommt eigentlich Donuts mit Bananenfüllung. Mit Balanemarmelade, meinst du? Ja, Bananemarmelade. Mhh. Fuck, hier ist ja Marmelade drin. Gerne. Ich mach eine Kuja. Boah. Insane. Das ist komplett Premium. Mhh. 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 Auwe. Mh. 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 auw. Mh. 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 Oh. Dann haben wir noch Osana oben. Aber Osana hat deinen Sohn. Meiner ist so ein bisschen zitronege Creme. Ist mega lecker. Von Eierschaum. Ja, aber wenn du sagst vegan, wahrscheinlich nicht mit einem Ei. Ja. Ich weiß gar nicht, wo aus man das macht. Sieht so aus wie so. Aber könnte einfach so ein bisschen wie Zuckerguss mäßig sein. Let's go, Dennis. Wie kochst du das Sacken gerade? Hm? Krass, dass der Sacken 3 ist. 1-1. Für wen? Für mich. Er steht unentschieden. Spaß zu Spaß. Das liebe ich so. Ja. Diese Donuts geben mir gerade komplett Leben. So geil. Niki, ich hab gar nicht gecheckt, dass du ja gar nicht immer hier sein kannst. Aber schön, dass du da bist. Ja. Und wieder Hannover gehört. Er braucht seine 3 Wins für die Power Ranking. Ja. Ich bin in den Falkensee. Das ist nicht in den Falkensee. Ja. Aber die Verbindung ist scheiße, ne? Ja. Ich wohne halt im Reinigwerf und ein Freund von mir hat Falkensee gewohnt. Und hab irgendwie 2 Stunden zu ihm gebraucht. Ja, aber das ist halt auch ne Grube. Also sind beide ja zum Mittelnicht. Die sind spannender und... Uh! Reinigtenhoff ist halt direkt nebeneinander. Krass. 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 Oh. Krass. Was ist denn hier da? Auf Kontopikken. Ich muss dazu sagen, ich bin über 5 Stunden durchschlafen hat. Und dann nochmal 6 Uhr gearbeitet. Also ich glaube... Du? Dennis. Also meinst du denn? Ich bin... Heide, ich bin heute um 6 Uhr angeschlafen. Naja. Morgens also. Ja, er auch. Er um 5 oder so war so. Mein Gast ist nicht so lange unterwegs. Oh no! Jo, ich konnte halt den Eis ausschlafen. Für mich war's egal. Ja, ich auch. Aber ja, müsste halt immer raus. Aber so ein Match-up ist halt auch richtig anstrengend. Mhm. Weil das ja auch so langsam immer. Ja. Ich finde das ganz entspannend was. Weil... Weißt du, das dauert halt. Also wenn du halt 5 Sekunden komplett schlecht spielst, ist das nicht so schön. Ja, aber halt... Wenn man halt wirklich so richtig on point sein möchte. Ja. Aber ich glaube zum Spielen wäre mir das... Also... Ich hab mal die Erfahrung gemacht, dass man selber spielt. Das ist eigentlich voll spaßig. Willst du dich immer zu mir draufsetzen? Ne, danke. Aber okay. Ja, aber... Für mich persönlich. Dass man das selber spielt, fühlt es spaßiger als zu gucken. Mhm. Dann versucht man auch spaßig. Ne, klar. Es ist spaßiger. Ich meine nur schon, wenn das die Matchs so lang sind. Oder dass die so ruhig sind halt, weil die beiden so lang in der Luft sind und sowas. Das finde ich zum Zugucken mega angenehm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man selber spielt und die sind so lang und fast... Also das halt einfach sich zieht und anstrengend wird auf Dauer. Ja. Vor allem bei so einem Matchup kann man ja auch nicht so gut einfach so kurz wegtreten oder so. Ja. Nein, du kannst doch einfach oben fliegen. Erstmal chillen. Wie steht's hier? 2-1 für Young. Okay. Okay. Oh. Böser. Ich mag es halt auch selber gegen Floatis zu spielen. Ja. Also wie gesagt, ich mag es immer Floatis zu sehen beim Zugucken. Wenn immer einer von beiden ist, dann denke ich immer, ach genial. Man kann mal zwischendurch ein bisschen Sekunde durchatmen und so. Vor allem gegen Fox, wenn man da vor Fox Falco spielt. Ja, Fox Falco ist einfach so. Was mich am meisten daran ist, dass wenn die ihren Schein benutzen, dann hat man so einen lauten Bass. Das geröhnt immer so. Ja. Eigentlich können die einfach leise sein. Weil... Mach doch mal andere Alter. Einfach Schätze. Aber auch wenn man selber spielt? Also auch dann? Ja. Bisschen. 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 Ich hab auch vorhin den Saturn weggebrochen. Ja. Obwohl gegen Puff das ja eigentlich ziemlich gut ist. Der macht es halt nicht so gut. Das ist ein anderes Projekt. Naja, wenn halt ein Schild weg ist, dann verliert Puff den Stock. Aber Puff kann einfach wegschwenken. Und wenn Puff in der Luft ist, dann schüttelt Puff nicht und dann... Ey, er lebt immer noch. Unfassbar. Nee, das war's jetzt. Aber Puff sieht auch erst mal ausgeruht zwischendurch. Kann man gewinnen, hab ich gehört. Ich hab heute mit Alice davon gehabt, dass ich finde, dass Pummel als Wort, das klingt viel zu lieb irgendwie. Ich finde, Pummel klingt wie das Geräusch, das man bei so einem Bauch von so einem Baby macht. Wenn man da so drauf pustet und so. Das ist für mich Pummeln. Und das ist... Das ist halt so was Aggressives eigentlich. Kannst du jemanden festhalten, die draufhauen? Ja, immer wieder draufhauen und du denkst so, okay. Das ist einfach so ein Schwitzesgriff. Ja. Einfach so. In den Arm drauf pummeln. Ja, genau. Pummeln. Ich finde die Moves von Peach sind immer so richtig schön sassy. Ja. Auf jeden Fall ihre RZ-Zichter. Ja, komplett. Aber ich finde das irgendwie so geil, dass die das durchgezogen haben mit dem Design. Also ich finde auch, dafür, dass man das auf so mini kleinen Fernsehern ja eigentlich spielt, dass man das ja auch so schnell geht, sind die so cool designt die Moves, finde ich. Also wenn ich ja auch bei Sheik oder du kannst jedes Stills irgendwie richtig cool. Also das sieht so legit cool aus. Das ist irgendwie, finde ich... Generell, ich finde es so viel bei diesem Spiel so krass, dass die da so viel reingesteckt haben. Ich finde halt generell, dass das so schön noch aussieht. Ja. Im Gegensatz zu Brawl war es einfach nur so grau-braun. Genau. Das hatten ja viele Wii-Spiele. Ich finde auch das... Das war nicht nur Wii-Spiele. Das war nicht nur Wii-Spiele. Das hat ja viel aufregender gemacht so, aber ich finde es viel weniger cool. Weil ich nicht nur Wii-Spiele, sondern halt Call of Duty und so war ja halt auch immer irgendwo in Farben. Okay. Weißt du, dass Mario Kart Wii auch ein bisschen farbloser aussieht? Ja. Und dann mit Mario Kart 8. Einfach wieder voll so im Sinne Farben. Das hält sich halt viel besser. Das ist wieder der Classic, dass Dennis einfach bei mir schon geredet. Ja. Das ist einfach in seinem Set. Über die Bombe. Was für krass ist immer. Ich sehe ihn immer nur... ...Hüben-Spiele. Ja. Das passiert hier viel. Ja, genau. Das ist der meisten. Aber ich weiß ja, dass es auch manchmal was anderes ist. Aber ich sehe das irgendwie irgendwie. Das war, glaube ich, seine zweite Bombe heute. Ja. Ich habe schon beide verpasst. Ich habe nur gehört, dass er jemand anderes gesagt hat und hingeguckt. Und dann war es schon zu spät. Ich glaube nicht, aber für was anderes ist das alles so... Wie wenig. Ja. Ein Prozent oder weniger. Es gibt halt verschiedene Hüben. Die sind ein bisschen wahrscheinlicher. Ja. Aber wirklich die anderen iTunes. Ja. Lichtschwert ist, glaube ich, das seltenste, ne? Ja. Lichtschwert seltenste? Ja, genau. Stimmt. Das Lichtschwert hatte ich schon mal gesehen. Aber dann gibt es ja noch welche, wo er dann so einen Golfschläger und eine Bratschwanne und sowas hat. Das hat eine andere. Das kann er einfach immer machen. Genau. Ach, da zieht er nicht das Lichtschwert. Das macht er bei dem... Naja, okay. Ich dachte, dass da manchmal auch das Lichtschwert kommen soll. Einfach aus dem Boden ein Lichtschwert rausgezogen. Ich dachte, das war halt so ein Lucky Stock im letzten Spiel. Der bloß auf einem Stock drei gezogen wird. Jetzt muss der hier sein. Ja, ja, ja. Ja. Ich mag diese festliche Version von dem im Land. Du bist so schon fresslich. Ja, ja. Aber ist auch so... Also wenn ich mit einem Orchester gespielt soll so. Ja. Du hast die ganze Musik von seinem Spiel, wo er mit einem Orchester gespielt hat. Ja. Ja. Es gibt auch so ein Album oder so. Ja, genau. Es gibt ein Album? Ja. Geil. Wo die es irgendwo live aufgeführt haben. Aber es ist auch wirklich cool. Also ich finde, es ist echt coole Musik so. Wie oft man die jetzt schon gehört hat. Wahrscheinlich kann man sie irgendwann nicht mehr hören, wenn man sie Jahre spielt. Aber für immer wieder hören und auch so oft Ohrwurm von haben, finde ich es eigentlich echt komisch. Ja, das Schlimmste ist halt noch dieses Phantom Dreaming hören. Mhm. Nach so einem langen Turnier oder so. Du hast das Gefühl, du hörst das immer nach. Ja. Du gehst so die Straße lang, so wie drei Uhr nachts. Ja. Irgendwo spielt es jemand. Ja. Ja, ich glaube in Niederlande hatte ich das mal, dass irgendjemand mal Greenland so ein Straßenmusiker gespielt hat. Krass. Ja. Das war natürlich ja geil. Dann denkst du so, oh jetzt höre ich Phantom, höre ich es wieder. Ja. Ich bin komplett durchgedreht. Bis irgendjemand anders, der das mitsumpt oder so. Und du denkst dann so, okay, bin ich der Einzel. Ich hab da immer so Phasen gemacht. Manchmal stört mich die Musik gar nicht. Da krieg ich sie kaum mit. Ja. Dann denk ich mir manchmal so, oh ja voll tolle Musik, bitte schön. Ja. Aber spielst du manchmal mit Kopfhörern? Ja. Nur wenn die Kopfhörer die Spielmusik machen. Ja. Hier kannst du es halt machen. Ja. Ich spiel halt immer die Sounds zum Spiel. Nicht die Musik, aber halt was die Qualitären so machen. Ja. Weil manchmal kann man dann halt besser hören, was passiert. Ja. Es ist einfach noch ein Input mehr so groß. Es gibt auch manche Atappen, die kann man hören, bevor man sie sehen kann. Ja. Und dann ist es halt ein Vorteil. Ja. 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 Ich spiel das auch so ein Phänomen. Ich spiel das auch wirklich immer auch durch bis zum letzten. Also man könnte ja denken so in Game 5, dass dann irgendeiner keinen Elan mehr so hat. Aber nein. Wir kämpfen bis zum letzten. Das ist doch so. Ja. Es geht um drei Euro. Jetzt geht's erst was. Es geht um drei Euro. Das ist viel. Ja. Oh. Das war's. Nein. Oh. Oh. Das Ding ist ja mit dem Prozente. Könnten auch beide sterben. Ja. Das ist jetzt nicht so. Oh mein Gott. Wow. Nein. Oh mein Gott. Welches Mal? Nein. Du hast es falsch gemacht. Ja, das sehen die nicht. Brauchst du erstmal eine Pause, Dennis? Ich brauche eine Pause, Alter. 21 Minuten ist dann nichts. Ja. Also ich würde es machen, aber ich weiß, dass ihr das ganz schlimm findet, wenn man dann nicht ansprechen, nicht ansprechen. Einerseits. 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 Manchmal will ich es aber sagen. Okay. Oh Gott, Alter. Das ist einfach zu gut. Danke, Mann. Das war's wieder. Keine Sorge heute. Keine Sorge. War das wieder ein Reversal? Ne. Ne. Du hast erst das Game gewonnen. Du hast erst das Game gewonnen. Du hast erst das Game gewonnen. Oh, ja. Schade, schade, schade. 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 Passt wieder ein Dritter aus jedem. Passt wieder drauf. Ich weiß. Ja. Aber diesmal habe ich die Nerven schon mitgenommen. Also ein bisschen. Hey. Let's go Army. Let's go Army. Wuhuu. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wuhuu. Let's go Army. Ich freue, dass wir spielen. Aber ansonsten. Army ist mein Lieblingscharakter. Shada ist ein Charakter. Wobbling-Gobank wurde. Das Next Screen will ich auch immer Army. Ja. Ah, man. Wolltest du spannend machen. Ich bin froh dabei. Ich hätte erst 3 Euro gewonnen. Hätte ich meine Venue-Feed zu haben. Geil. Wahnsinn. Ist geil. Alter. Man sieht lieber die Prozent. 470. Let's go. Let's go. Wo? 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 Ich war auch aus der Nix-Welt-Geside, den ich jetzt schon ein zweimal hintereinander 3-1-3-0-Tab, easy money. Nix-Welt musst du noch Liegestütze machen. Nix-Welt musst du noch Liegestütze machen. Nix-Welt musst du noch Liegestütze machen. Da stimme ich hier voll herzlich zu. Digga, ich hab morgen keine Arbeit. Let's go. Erstmal bis 2 Uhr morgens Donkey Kong, der das Spiel dabei. Ich such mich mal jemanden, mit dem ich Monkey Business machen kann. Monkey Business. GYKON! Donkey Kong! Let's go! Nix-Welt hat gesagt auf 4 Punk-Kategorien, gespielt habt. Ich glaube 4. Young Link Link. Puff. Er hat nämlich nur 2 gespielt. Das war Heiko Fox. Ja stimmt, er hat doch Fioschis Fox genommen, weil er meinte, das wäre so gut. Er hat gesagt, er hat noch einen Pico. Hey, der Freesplit. Ist Paus aus? Nein. Ist das ein Gäbber? Ja, das ist ein Gäbber. Das ist ein Gäbber. Nein, das ist ein Gäbber. Ja, das ist ein Gäbber. Ja, ohne mich, das stimmt. Das ist ein Gäbber. Das stimmt. Ja, das ist das Feinde, ja. Dann jetzt macht noch eine Pause kurz. Dann jetzt macht noch eine Pause. Das ist die Queue? Ja, er hat halt gebetreut. Ja, 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 ja. Lass uns die Musik sehen. Einmal nach oben, bitte. Kannst du nicht mehr hören? Super Bowser! Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Das war doch fast nur. Was ist das hier? Oh, da war nämlich Max eine Pause, oder? Ich wollte gerade noch mal, Dennis hat gesagt, als er Böse geht es so gerade. Hat er gesagt? Fan-Tym, ne? Ja, die haben ich vorhin gesagt. Ich habe die einfach alle drei verpasst. Alle drei vor allem? Niki und ihr beide. Ja, ja, aber ich meine, to be completely fair, ich hätte es jetzt auch nicht erkennen können. Ich wusste nicht, dass es das Phantom-Treffen gibt. Das Phantom. Wie schwerfällig ist Bowser? Ach so, der hat ja gar kein Schiff. Ne, der hat die Ein-Attacke, dass er so nach unten geht. Ich hätte ihn getroffen. Ihr könnt gleich weiterspielen. Ich mag's. Danke. Die erste Person, die das sagt. Ich bin ja gar nicht dafür, die sehr davon an den Vergangenen laufen zu lassen. Das ist halt so die Frage, wie viele Stunden das gewinnt und so. Also, ne, wie viele Stunden Viewtime und so. Das ist halt immer so die Frage. Vielleicht nach dem ersten Game, ja. Und die ersten Leute draußen sind direkt auf. Ja, das ist hier ein bisschen. Wenn man das Bracket gut langsam ankommt. Ja. Dann geht das, dass man die vorher laufen lässt und dann pausiert oder so. Und auch hier. Ja. Aber ich glaube, dann ist es noch schwieriger, die Leute zuzubringen, ihre Matches zu pausieren. Wenn die jetzt gerade noch vorher lädern. Ja. Das war Bescheid. Einfach, wenn Bracket wirklich. Ja, aber doch, wenn die erste Runde durch ist, finde ich einfach so gut. Einfach, man sagt, die Läder geht bis 19 Uhr und dann ist es so. Boah. Wenn es länger als eine halbe Stunde braucht, geht dann das Match total. Einfach nur Online-Läder machen. Läder ist auf ne Art, wie man einfach jeden alle spielt, oder? Aber du musst nicht mehrfach jeden alle spielen. Ja, potenziell. Doch, doch. Das ist einfach nur... Leider ist halt, es gibt einen Pool, wo die Leute reingehen, die gerade die Match suchen. Ja. Und dann wird man einander zugeordnet. Das heißt, so wie bei Online-Spiegern. Aber du gehst nicht so oft, wie man will, oder? Ja. Also es ist eingestellt, dass nicht zweimal gegen den gleichen Mitterrand ist. Ne, 30 Minuten Timer oder so kann man einstellen, dass innerhalb von den 30 Minuten nicht mal gegen den spielen kann. Ja. Erstmal nicht ein Spiel nach dem anderen von zu gehen. Und best of five, oder best of three? Best of five, aber man kennt ja natürlich auch den Green, dass man ein best of three macht. Ja. Danke. Weil das kommt mir für vor dem Turnier noch ein bisschen lang vor halt einfach zum Teil. Weil die Leute dann auch nicht abbrechen so, aber... Wenn man um 18 Uhr beginnt und 19.30 Uhr dann fließt, oder 19.00 Uhr fließt, dann fließt. Ich hab eben so ein Lingi-Part-Piece, das dauert halt an, aber anders spreche ich nicht. Ja. 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 Könnte man theoretisch, wenn man lange in der Luft bleibt, unter der Stage durchfliegen, oder verhindert einen das Spiel das? Bei manchen Stages kann man's. Ja, weil bei manchen Stages geht's ja so, dass die unten wie offen sind. Also so zu... Ja, das geht. Man hat halt... Ja, mit dem Kampf oder so müsste das doch eigentlich gehen. Ja. Ich hatte nur gedacht, ob's halt geht, oder ob das Spiel dann einfach sagt, nee, wenn du über die Mitte drüber bist, dann bist du die runtergefallen. Einfach automatisch oder so? Nee, okay. Äh, bei Peach, bei dem Stage ist zum Beispiel so, dass die... Die Side-Piece sieht man halt nie bei Peach. Das ist so ein Dash zur Seite. Ja. Und die kann dann unten unendlich lang sein. Ah, okay. Aber das ist halt verboten, wenn wir das machen. Ah, okay. Weil das halt... Das nennt man Stalling, weil man so halt das Spiel austricken kann, dass man halt einfach einmal mehr Prozent hat und dann einfach nur noch rauskommt. und unten bleibt. Ja. Und andere nichts mehr machen kann. Es ist so lustig, wenn du so mit dem Bugi jemanden wegschießt. Das war schon richtig glücklich. Hello! Der Jüngste, der ohne... Der Jüngste, der ohne... And then, you know we're ready for it! Sorry! Der Jüngste, der ist doch ein Stock auf den Zogen. Wechsle den Jungen geben, das ist so... Well done! Sorry! отв ch du denn das hast geankert! Ich habe dir ganz anders gewonnen. Er, Dennis hat gebraucht. Ja doch, oder? Ich liebe den neuen Fernseher, der ist so cool. Weißt du, dass da oben wie bei der Krone ein Lautsprecher ist? Ja, ich hab's gesehen. Und man kann das auch abnehmen. Wirklich? Oh, ist das toll. Das ist halt so schön bei alten Fernsehens, dass du was hörst. Bei neuen Fernsehens sind einfach nur verraten. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, keine Lebensmittel, das ist zu groß. Gibt es eigentlich noch mehr Pokémon, die man spielen kann, außer Pikachu und Pomelo? Pichu und Mewtwo. Kann man auch spielen? Ja. Und was? Und Mewtwo. Kenn ich nicht. Das ist einer der legendären bei den allerersten Pokémon. Wie sieht der aus oder wie welches Tier oder Besen? Und was macht man schon das gleich? Ne? 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 Ach ja, das habe ich schon mal gesagt. Ne? 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 Was? Das hätte ich nicht gedacht, dass er zielt. Ja, davor hat ja Maxi gegen Dennis gewonnen. Ja. 3-0 glaube ich. Let's go, ich glaube, sie hatten 1-1 gesehen. Let's go Dennis, das ist alles noch drinne. Oh nein, das kann doch nicht sein. Krass. Ballack? Egal. Oh, nicht egal. Was findest du denn? Krass, ey. Da hast du ja ganz schön umgedreht nochmal. Da war der jetzt ja auch Zweck vor uns mit dem Deutschen. Oh, die blaue. Voller schön. Mal gucken, wie du der Shane-Burz Dennis triffst. Das ist immer ganz geil. Ja, ich find's halt langweilig. Ich liebe das. Krass, jetzt hätte ich nicht gedacht, das sieht so schnell. Manchmal, ich kann noch nicht so gut einschätzen, warum, egal wie es vom Prozent her aussieht, und manchmal für mich einzelne Attacken so richtig, richtig dolle. Ja. Das hätte mal je nachdem, was auch für eine Stations ist. Weil die Stations auch unterschiedlich groß sind. Oh. Oh. Hey. Oh, das war's. Oh. 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 Ah, die von drüben haben übrigens auch gesagt, dass eventuell morgen hier Wissen macht A kommt. Echt? Ja. Hierher? Das ist ja lustig. Wissen macht A. Das ist so geil. Ja, voll. Das hab ich voll gemacht als Kind. Das ist eine von den wenigen Sachen, die wir gucken konnten. Es gab immer erst, also wir durften immer nicht so gucken, es gab immer erst Kinder-Nachrichten, so ein Logo und dann kam ein bisschen nach A oder andersrum. Jedenfalls das durften wir mal schauen. Aber ein bisschen Alter dann. Ich mag auch diesen Kaspers. Seine Stimme ist so richtig entspannt. Ich frag mich, ob Fernsehen immer noch so einen riesigen Reizbekinder heutzutage hat, weil es einfach so viel ja anderes, also so YouTube, Netflix und so hat viel mehr. Ja, das ist, dass man das was gucken kann, was man gucken. Alter. Krass. Ich weiß. Ja, aber andererseits noch so einen Game Hype. Boah, das hört sich nicht gut aus. Äh, ja... Ich dachte so, wie heißt das, dass das noch einen Donut? Das noch. Das noch. Ich finde die Sachen, die da sind, ziemlich komisch manchmal. Ich kenne ganz viel von Kindern, dass die in dem Alter, wo man andere Kinder einfach vor Ferser gesetzt hat, dass da so eine Playlist von Pepparons durchläuft. Obwohl ich sowas halt, wenn die Eltern die Nüsse Premium haben, finde ich das so viel besser, weil die diese Werbung sehen. Was halt bei Kiga immer sehr gut war, dass es halt immer ohne Werbung kommt. Das Böse hat wieder geboten. Ja, der Böse ist auf der Böse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das mit der Bratkanne oder diesen Dings Golfschläger war super. Oh, der Rudi. Krass. Die hauen aber jetzt ganz schön die Stocks raus. Guck mal, seit zwei Sekunden läuft das Spiel jetzt. Und beide sind auf zwei. Ja, zwei Minuten. Ja, ich warte aber. Zwei Sekunden, ja. Das war so lustig. Oh, ich weiß nicht, was im Likes zu erzählen hat. Ich habe glaube ich eine Prüfung abgenommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich Infos von der Prüfung... Also man könnte die Persönliche kritisieren. Aber vielleicht lasse ich es trotzdem. Es war ein lustiger Versprecher dabei. Wow. Und Booty Bounce macht was. Oh mein Gott, das war so gut. Nein, fehlt noch. Lebt noch, lebt noch. Let's go. So. Ey, wie sie ihren Rock... Es ist so schön redesigned einfach. Wie sie ihren Rock hält und dann sich so mit dem Schirmchen verfallen lässt. Das ist so geil. Aber es gibt paar weirre Sachen. Ich weiß nicht, ob das bei dem Nomadur bei Betrofair... Nice. Dennis hat richtig Bock auf fünf Spiele heute. Der Junge ist noch nicht ausgelastet. Er hat zu viel Energie. Nach einem fünf Spiele... So, was würdest du kaltieren? Was hast du da vor? Keine Ahnung. Ja, ich finde einfach, achso, du meintest, dass auch viele Sachen dabei sind bei der Animation oder beim Design von den Charakteren, glaube ich. Hier, bei Daisy gibt es hinter den Haaren ein drittes Auge. Okay, das ist ein bisschen anders. Das sieht man halt nicht, aber trotzdem. Das war nice. Ja, aber ich finde halt, die geben, also habe ich ja für Fünsche so ein bisschen gemeint, aber ich bin mir dafür, dass man das eigentlich so kurz und so wenig, auch nur auf kleinen Bildschirmen und so sieht, haben die dem so viel Charakter gegeben für den einzelnen Figuren. Ihre Moves sind alle so, Schicks-Moves sind alle cool so. Weißt du, egal was sie sieht, in jeder Haltung sieht sie übelst cool aus. Das Einzige ist halt, dieser Thorn mag ich nicht. Der Thorn mag ich nicht, weil er langweilig ist, aber... Ja, aber ich meine, also so jede Haltung irgendwie immer und bei Peach hat irgendwie alles sass. Sie hält dann immer so in die Gange. Sie hält dann immer so mit einer Hand so mit abgesprenzten Fingern so ihren Kleid noch, weißt du? Das ist aber alles so zu Ende gemacht. Sie hat so in die Gange. Und das finde ich dann halt auch wieder cool irgendwie, dass sie das dann so gemacht haben. Also klar, normalerweise würde mich halt irgendwie so stören, wenn alle Charaktere, sag ich mal, sich irgendwie verhalten würden und sie wäre so übertrieben klassisch weiblich, aber ich finde das irgendwie, wenn sie das durchziehen, finde ich es irgendwie cool, weil sie ja trotzdem voller gute Charaktere ist so. Das ist halt auch dafür, dass halt Falko ein Klon-Karakter vom Kopf ist. Was? Das war's? Oh mein Gott! Let's fucking go, Dennis! Dennis, brauchst du wieder eine Pause? Dennis, brauchst du wieder eine Pause? Äh... Ja, Niki, bist du okay mit der Pause? Ja... Niki, bist du okay mit der Pause? Das war so ein Mutti-Kun. Okay, Niki, ich bin bereit. Do your thing. Ich so, es ist genau so. Do your thing einfach. Brauchst du den Schlüsseln? Ja, ja. Kommst du da? Fuck you! Ja, ich bin bereit. Ja! Erst, du ja! Mann, Mann, Mann! Bockst du in die Haus? Das war's. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 etF, 2021 «ZDF, 2020 etF, 2021 touz winter, 2020 etF, 2020 etF, 2024 Was geht dir mit den Connoisseuren? Okay, es steht 0-0. Was soll ich wegmachen? Ach, nur sagst du. Okay, Maxi ist Port 1 und Magic ist Port 4. So, that's right. Alright, cool. Yo. Mach's gut, Alex. Schön, dass du da warst. Du bist Nedo. So, yeah. So, yeah. I got royly fucked by Nicky. As you guys could see, I assume. Still 2nd place in the tournament. So, I got 8 points for a circuit. Which concludes in October. And I'm still in 1st place there. The circuit has like 8 spots from the best placing people of all the tournaments up until October. And then 7 more spots are gonna be filled in by the ladder players. So, the top 7 in ladder that aren't already qualified make up for 7 more spots. And then we have one more wildcard qualifier, which is gonna be an Arcadian. So, that's gonna be interesting. So, one Arcadian player. And that's like for all of Germany. So, everybody can come. But it's only like bad players, quote unquote. So, players that are... Not only Germany, I think. Right? Not only Germany, yeah. Like, there could be Dutch guys coming over. So, I don't think that Noxa would be eligible for the Arcadian though. I think last time there was a Polish player. Oh, yeah. That was a Polish player. That's true. At the last Arcadian. What was his name? Tycho the Destroyer or something? I think Tycho the Destroyer or something. I played him in another tournament here. He went to Berlin a couple of times. He went puff against me. That was interesting. He was a Fox player, but he said like the matchup is impossible. And then I wrecked his puff because I'm usually pretty solid in the matchup. So, yeah, we have like the Arcadian is open for everyone that is bad enough to play in an Arcadian. So, this means like it's mostly like hand-picked, so to speak. So, if there's like a player that... Oh, dang. If there's a player that's like not ranked anywhere, but clearly better than everyone else, we're going to say, yeah, you're not eligible. Yeah, you're not bad enough, Noxa. I'm sorry. You're just too solid. You just won a tournament. You just won rickshizz. Congratulations for that. Again, that was amazing. We are planning to make this probably who is better or worse than the 10th best player in Berlin. Oh, better or worse than number 10 in Berlin. Yeah. Which would be BovTarget, right? Or Banana. No, it's Banana. BovTarget is 11th. Yeah. So, BovTarget is still eligible. Yeah. Yeah, that's going to be interesting. Yeah, perfect for Haramboi, for sure. And that's something like, I think that's interesting because that's something that you can look forward to, right? You can, you can practice up until this point. You can be like, I want to, I want to, you know. You're the worst player. Yeah. No, no, but you, he's got like a goal in front of him, right? Well, oh, it's great at us. No. 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 Oh, now we got the Mario Dittos. Okay. We got to adjust the score, the scoreboard here. Uh, where is the cursor? Uh, there we go, there's Mario. And now, Magic is playing the green one and Maxi switched to the grey or the brown one. There was, I think there were like, uh, there were two players, like super old school Mario players. And I think one of them was Japanese and his name was brown Mario. And then there was an American player. His name was green Mario. So that's a very old school thing here. The Italian player played Mario. Yeah. Yeah, right? Mamma mia. So yeah, in case you guys didn't know, Magic and Nick Strad are two guys from Italy who recently moved to Berlin. And that's a nice competition that we got here. Nick Strad is a really solid player. He's, I think, the second best in Italy. And, oh my God. And Magic is like, I think he would be like definitely top 10 in Italy. But, uh, I think he wasn't ranked due to inactivity. But he's also very, very solid. And I think today they had to play each other. That's, uh, that's so sad. But they have to play each other quite a lot. Oh no, they didn't meet. Okay. Or did they meet the winners? No, they didn't meet. Alright. But I think I, yeah, I beat both of them. Both of them. I had Magic first round and then I had, um, what's his name? Um, Nick Strad and losers. But Nick Strad played, like he played Falco in winners. And then he switched to Fox and losers. And, uh, he's a Falco main, so, you know. Yeah, yeah. We have also the, uh, Colombian player. Oh yeah, we have a Colombian player. We have, uh, Ace from Colombia. Yeah, Berlin is, uh, very international. I love that. We have also, we got, yeah, we got Marley and PuffTarget from the US. Yeah, that's right. We had Dusan. We had Dusanito from, from Chile. Do we say Chile? Chile? Chile. I, I, I say, in German we say Chile. But I don't know what's, what the English pronunciation is. Chile. Chile. And then we also today, tonight we had Nicky here. So that's, uh, that's always a big plus for our tournament. If, like, the best player in the country shows up. Just for, like, a local. But, uh, he loves the Berlin community. And, uh, I think he, he recently moved back to Hannover. But he is planning on moving back to Berlin. Yeah, he, uh, he, not Berlin, but, uh. Oh, Falkensee. Yeah, Falkensee. Yeah, true, yeah, true. I think he's, like, visiting, uh, visiting a flat in Falkensee. Yeah, Falkensee is behind Spannow and Spannow is not in Berlin. Right, yeah, Falkensee is, like, all the way out there. So, it's gotta be a pretty difficult for him to come over here, I think, for the weeklies. I think there's, uh, vaginal. Oh, that's, that's, yeah, okay. Yeah, shoutouts to Nicky for sure. My man. Nice. Hi, to caught our train. So, everything worked out today. Hoggies. So, what do we think about these Mario Dittos? I'm still waiting in the ladder, by the way. 14 minutes and counting. Because I'm also first place in ladder, because I'm grinding, like, hell on these tournaments. Because I really don't want to miss the playoffs. Also, grinding is pretty. Yeah, it's pretty pog. Yeah, Nicky, Nicky. Exactly. Nicky showed me some, some stuff that I should grind in Uncle Punch. Because my routine got very stale, and it wasn't so much fun anymore. Uh, because my routine is super stale, and he showed me some stuff. He's like, you can practice this, for example. And I was like, guys. I have the 3.0. Is there, is there a later one? No. Okay. I still have the 2.0. Oh, okay. So, you don't have the exercise, right? No. Oh, exercise is so fun. I always do this, like, to warm up. Oh, it is in there? Oh, it is in there? Oh, my God! Oh, there was a custom self-made stuff that you can make. Oh, yeah, exactly. Yeah, but I, I don't know how to make it work. There's, like, recording stuff. I've tried a couple of times, like, I don't know. I don't know. I think you can copy also from the internet stuff. Oh, really? Yeah. Oh, I gotta check that out. Can you pick me up for me? Ooh, sick. Hey, Gunn. Did you play Falco? Ah, no. It was a Fox dealer. Oh, a Fox dealer, I see. Yeah, his Fox came to life today. Have you seen him versus Gunn? No, but you told me. He got two games. Yeah, he almost made the 0-2 comeback. Wow. Because he played Mark the first two games, got royally fucked, and then he picked Fox and got two games. Insane. Why playing the Italian player? Mario. Yeah, the Italian guy playing Mario? That's... That's exactly what I said. He said racist. Yeah, I don't know. So, that's 2-0 for magic right now. I don't know. Dang. He's gustoso. See? It's me, Mario. That was not magic, actually. That was Mario in the game. We have a Mario 64 setup in the back, and that's what you just heard. Yeah, I'm waiting for 16 minutes. Oh, now you're searching. Why... I don't know. But I was the only one later for a while. For 16 minutes. You're all-star. Yeah, I'm all-star too. Do you, like, not need to... No. Confirm station and sign in. Refresh me. Oh, me? Okay. Yeah, I'm not sure about that. I'm prospect again. Oh, no. Prospect? Dude! Oh, we got the magic sheet. Oh, my God. We gotta readjust the scoreboard every match, my man. It's like with you and your color swishes. True. I'm so sorry, but, like, I played a lot of pink today, because I was telling myself to play like Busty. Like Blaze. Blaze is my favorite Peach. I don't know if Noxa can relate. Maybe. I think Noxa might have seen... I found someone. Oh, me too! My favorite players? J I don't know if I do that. Have you ever seen J Magic? Yeah no, why? Why can't I just jump in? Why are you? Oh mein Gott! Ich denke, ihr habt die Wurrung. Jetzt geht es schneller und schneller. Ich wirklich wollte das machen. Ja, ich kann das. Ich kann das nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Three? Yeah, I don't know. I can mark it. Dude. No, it's really easy. Holy shit. I like the matchup. Yeah. Always on the smartphone of the youth. There's a 30 minute lockout. There's a 30 minute lockout. There's a 30 minute lockout that you can match each other. In 30 minutes. 30 minutes. You can't match each other. What do you want to do with Mario game? No. 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 My fog was lose. That's right. No. No. I mean we can try if you want. Oh, hey, man. Wie kann man das? Wie kann ich practice? Oh, ja! Ah! Ah! Oh, jetzt geht's! Hey, steht ab. Es ist ein Box. Es ist ein Box! Oh, jetzt geht's! Oh, jetzt geht's! Oh, jetzt geht's! Die hat das schon los. Das ist gut, jetzt geht's. Das ist gut. Ja, jetzt geht's! Ich will das nicht auf. Ja! Oh Das war so cool. Oh, my God. Oh, my God. Yeah, that's been moving. Classic. Same, bro. Oh, my God. 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 Yeah, he is. Yeah. For any of it. No. All right, well. Oh, yeah. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Oh, das ist das Frenzis? Nein, das ist das Reverse Mainz-Ladder. Oh, das ist ein Frenzis. Oh, das ist ein Frenzis. Wow. Shut up! Oh, das ist das. Oh, das war's. All right, guys, how's the score? 1-1. 1-1, all right. We got both target versus magic, reverse mains. In case you're still here, sorry, I had to play a ladder, Noxa. In case you're still here, Blaze is sort of kind of around, but like he went to a tournament recently. Oh no, both target is, both target is Fox. He went to a tournament recently and he really enjoyed it, but he was like, he was saying like he doesn't think that he will, he will compete as much as he used to. Yo, what up, Vino? So, but yeah, he did pretty well at the tournament. It was HTS 9 or 10, I think, I think it was 9. And yeah, he did pretty well, he played, he played super solidly. He plays on a rectangular controller now because his hands are fucked. And yeah, I think he will never stop playing, but I don't know if he will like compete as much anymore. But yeah, we can only hope. I love seeing glimpses of him every once in a while. He is like, he is such an amazing player. So yeah, this is reverse mains. Usually buff target plays Marth and Magic plays Fox, of course. Though we saw the buff target Fox earlier today when he played against third. He had really soul-crushing games one and two with his Marth versus third and decided to go Fox. And it looked pretty good, like he beat him on Yoshis. And then he also snagged the game on Dreamland, but he couldn't win the fifth game then. But yeah, pretty solid from his Fox for the first time that we've ever seen his Fox. Not bad at all. Jan, third, one of the best players we have in Berlin. Third? Yeah. Definitely. Like he's like of the, he recently ascended, so to speak, to the tier two players. So we have like the, the tier one players would be like Kabobi, Karon and Parsec. And then like the tier two players, which always have like super close competition are Lil Fruzy, third, myself and Nyxdred, I would say. And maybe buff target, buff target is getting there slowly but steadily. But I think the Berliner knows how Nyxdred play nowadays, so. Huh? I think Lil Fruzy and Jan knows nowadays. How Nyxdred plays? Yeah. No, but I don't know. Maybe like Nyxdred only lost once to third, right? And, oh no, he lost today as well. Okay. 3-0. Yeah, he lost the last couple of, the last two sets, that's true. Uh, but Lil Fruzy recently lost his first set against Nyxdred, so that's another development. That's the other way around, right? And yeah, this is looking like curtains for buff target's Fox here. I was about to say, but then, oh my god, Magic trying to go for the single hit nares here, but buff target not faced by that at all. Ooh, the counter? Hmm, I don't know. I don't know about that. Oh, doesn't lose the stock. I think there was only a percent or so missing. Oh, and there we go. Alright. His last stock in this game three situation here. Oh, it's game three. I didn't, it didn't update. There we go. And that's gonna be it. 2-1 for Magic right here. Let's see if buff target's Fox can bring it back. And Magic smiling to the camera saying, Mart is free. Alright, let's see. I like, I don't like the dicking around in the ladder so much. Everybody's dicking around. I'm taking it like super seriously, right? I'm the only one who's like Troy Harding in the ladder. Like, Maxi plays Mario and these guys play reverse mains. Nick stretch right as Fox today, it was me. Ain't it hella late in Germany right now? It's half past 11 in the evening. So it's not super, super late. Half 12 what we say in Germany. Yeah, we say half 12. Because it's a half to 12. Exactly. That's how we roll. We don't say half past the hour. We say like we, as a reference point, we use the next hour that's coming. Four quarter 12 or three quarter 12. Yeah, yeah, exactly. It's so weird. Oh my God. Magic is going off right now. Exclamation point clip in the chat if you like that and want to save it for eternity. Exclamation mark clip. Is that wonder I am hearing or am I stupid? No, you don't hear wonder. You are hearing young Ulrich, a.k.a. Mr. Love, a.k.a. Jenny Prenzelberg. A.k.a. Milkman. A.k.a. Milkman, a.k.a. Milkman actually. Milkman was also an alias that I had. The special Roy was my very first alias that I had. Dennis. Some people call me Dennis. I actually prefer that. Jenny Prenzelberg. I always said that. Yeah. Yeah. I've had a lot of stupid names over the over my lifetime in the Smash community. Oh, let's go with it. Captain Jenny. Up air is not going to be enough. Yeah, Captain Jenny, of course. Check out my Spotify. We are releasing a new single in half an hour. Oh, half an hour? Yeah, in half an hour. I have my boombox here. Oh, I don't want it. I think that's cringe. I don't want to listen to my music with a bunch of people. I think that's like... Oh, you guys, you should listen. Like a bunch of Americans and Italians that don't understand a word. I don't think this... Oh, there we go. K-pop fans. Yeah. In Japanese. 3-1 for magic. Did the transition happen automatically? Yeah. Oh my God. Fucking amazing. So yeah, 3-1 for magic. Lil Thruzy where his next thread is still going. I don't know if Lil Thruzy plays Mario, but I think I'm hearing a Mario somewhere in the room. So yeah, I think I want to stay for one more set and then I want to leave because I'm going to head to Kronach tomorrow where our best player in Berlin, Caron, his wedding is on Saturday. And they're in their home state of Franconia and we're going to go there and celebrate his wedding. Was it called Franconia in English? I think so, yeah. It's so weird. Yeah, I think Franken is Franconia, yeah. So, anyone queuing for ladder right now? No. I'm waiting for nine minutes already. Yeah, yeah, I'm here. Alright, alright. I'm getting more sporting and you can't do anything about it. Okay. I guess, yeah. I guess there's going to be a difference. I think so. Find out. Still Magic, by the way. Magic is the... He didn't don't just talk. He didn't don't just talk. Magic is the absolute ladder fiend, by the way. He has played more matches than anyone else. He played like, I think, more than 30 sets, by far the most sets. Yeah, let's go. Maybe it's because you're too far away. You're rookie three and I'm all-star three. Maybe it's because you're too far away in ranking that we don't meet. I don't know. Is that via Bluetooth? Yeah, that's infrared. Exactly. Don't worry. Jonas, does the ladder work like that? Yeah, yeah, yeah. If we are too far away from each other... I don't know how the fucking ladder works. Okay, nobody knows, I see. How this works. Okay. Find the match. Player set report, you said it's going. Ernie right now, it doesn't explain anything. Can you manually do it from the... No, sadly not. Oh my god, we are bound to the program. Fucking Skynet won. True. God damn it, man. Also, I mean, my rank is not that high. I wouldn't say that. Hey, you're one of seven players in the rookie tier and then the only pro player is Nick Strad. Yeah. And maybe because you're two ranks apart, we cannot match. Because I've only matched Nick Strad so far. Man, that sucks. Thanks. See you. See you, man. Let's play next time. Let's fucking do it next time. Hey, yo. I'm tired of playing Jan. Literally tired. Dude, I wish I could play Jan. I never play Jan. You don't? No. I love playing Doki, but... Alright. Let's just... Let's just play Jan instead. Alright. Yeah. Alright. Oh, okay. You are getting 4-4. That's right. I'm still keeping the ladder up in case anything can. I'm keeping the loading screen on. Yeah, I think. Alright. Let's see. That will go. I'm still keeping the ladder up in case anything can. Oh. Now we are going to try it. Alright. Alright. I think I thought for you. J-book? I'm actually shit with this man. Alright? Your game went... Karamba is streaming right now. Sie reagieren zu ihren Sets. Ja, ich habe nie gesehen, wie ich es nicht gesehen habe. Ja, ich bin super überzeugt von Rindy Try-Hard. Ja, vor den letzten paar Monaten, und jetzt Rindy ist es auch immer besser geworden. Und jetzt ist es noch besser geworden. Ja, es ist 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 noch besser geworden. Ja. Ja, ich bin genau. Ich bin genau. Oh, was? Ja, ich bin genau. Ich bin genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh my god. The mango? Actually, the logo is because he has this type of thing. Fucking fuck what? Yeah, it's really good dress. Oh. Hey, I don't think he has more. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's been awesome. I'm watching the video. I'm like, yeah, you will never see that. Oh. Oh. Thank you. Oh. Oh. Nein! Auf der leften Seite ist Mick Craig Dieser Mann ist Tiger, aber er ist Kirby Und auf der righten Seite Mein Name ist Mattik Was? Der Kloch ist weg. Der Kloch ist weg! Weil ich ich dir. Ich hab dich aufgesprochen. Ich werde ihn voll. Ich werde ihn voll. Was ist dein Kloch? Der Kloch ist weg! Der Kloch ist weg! Let's go! Alright, let's leave it at 1-1. You got a big net. We're at mitten there. Yeah! Alright. That's mine! No! Let's go! Legu! 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 Gletsu! Legu! 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 Stop! Ja! Close. Bambus, Awa to help our ball walk. Ich habe das Spiel verloren. Power, Power. Power, ah. Connected. Lebend fein. laughs bap improving. Boop, boop. Ich denke, wir haben alle gut. Das war's für heute. Machst du vor sich? Kommt rein. Oh, was das? Oh mein Gott, unsere Frau hier. So... Fuck, ich schlafe dich an, ich hab's schlafen. Ja... Ich bin sehr gerne, wenn ich schlafen würde, wenn ich hier. Wer gibt's? Ich denke. Gibt's das Fett von dir? Der hat das erste Mal was gut. Der hat das erste Mal was gut. Der ist einfach im Kopf hier. Oh, nee. Oh mein Gott. Wir haben einen N da. Der hat das erste Mal. Der hat das erste Mal. Ja, das ist 69. 40. 40. 40. Wah! Wah! 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 51. 51. 51. 52. 51. Leute, wir sehen uns in der Mitte. Wir haben hier ja Es ist ein langer Tag Das ist Deans Tag Das ist Deans Tag Das ist Teutas TrueSage Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020